Hallo! Gerade wir als Fotografen, die wir viel mit Bildern auf unseren Websites arbeiten, müssen darauf achten, dass diese Bilder schnell geladen werden. Denn zu hohe Ladezeiten aufgrund von falscher Dateigröße oder zu hoher Auflösung wird von Google mit einem Platz weiter hinten in der Schlange der Suchergebnisse abgestraft und das wollen wir natürlich vermeiden. In diesem Video zeige ich euch vier Dienste, die diesen Workflow komplett automatisieren, sodass ihr Zeit habt für andere Dinge und dass eure Bilder immer top Ladezeiten haben. Hallo, ich bin Ulf, Gründer der Facebook-Gruppe Digital Business für Fotografen. Wenn dich dieses Thema interessiert, bist du herzlich in die Gruppe eingeladen, um mit uns mitzudiskutieren. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Außerdem veröffentliche ich regelmäßig auf YouTube Videos zu diesem Thema, sodass du vielleicht ein Kanalabo erwägen solltest und auch ein Like oder einen Kommentar da lässt, denn Feedback ist immer wichtig. Heute geht es also um vier WordPress-Plugins, die euch die Bildoptimierungsarbeit abnehmen und diesen ganzen Prozess automatisieren. Eine kurze Anmerkung vorab, es geht in diesem Fall nicht darum, einen echten Hardcore-Test durchzuführen, wo wir Pixel für Pixel die Qualität in der Komprimierung der einzelnen Dienste untereinander vergleichen, sondern es geht in erster Linie darum, euch den Dienst vorzustellen und zu schauen, ob ihr ihn gebrauchen könnt. Warum solltet ihr sowas überhaupt benutzen? Weil man kann ja zum Beispiel auch in Photoshop einfach sein Bild in einer entsprechenden Web-Version verkleinert abspeichern und hat das dann direkt selbst vorliegen. Das könnt ihr machen, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Das ist letztlich eine reine Bequemlichkeitssache. Als ich Anfang des Jahres meine Website neu erstellt habe, musste ich tatsächlich viele Bilder nochmal anfassen, da ich sie noch gar nicht für eine Web-Version optimiert hatte. Das heißt, das war ein relativ aufwendiger manueller Vorgang, der nach drei, vier Bildern mir gezeigt hat, dass das alles relativ lange dauert. Da habe ich mich halt auf die Suche gemacht nach solchen Diensten, die das automatisiert übernehmen. Natürlich steht es euch frei, das auch händisch zu machen. Ich finde das aber einen bequemeren Weg. Außerdem muss ich mir dann nie wieder Sorgen machen, ob meine Bilder jetzt für die Ladezeiten zu groß sind oder die falsche Auflösung haben. All das nehmen mir diese Plugins ab. Schauen wir doch mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt zum einen das Plugin Smash Pro. Das wird vertrieben von dem Entwickler WPMU-Dev oder ich sage mal WPMU-Dev, etwas sperriger Name. Das ist eins der meist downgeloadeten Plugins, scheint also wirklich relativ erfolgreich zu sein. Ihr könnt es für 30 Tage im vollen Umfang testen. Es gibt auch einen freien Plan, sodass ihr eine gewisse Anzahl Bilder auch kostenlos jeden Monat komprimieren könnt. Müsst ihr schauen, ob das für euch genug sind oder ob ihr vielleicht auf einen Bezahlplan umschwenken wollt. Das nächste Plugin ist Imagify, auch ein WordPress-Plugin, was relativ erfolgreich ist und im Grunde genommen ähnlich funktioniert wie Smash Pro. Die haben ein etwas anderes Bezahlkonzept. Dazu gleich später mehr. Dann schauen wir uns an dieses Optimal-Plugin. Das ist auch natürlich ein Bildoptimierer. Der funktioniert nach einem etwas anderen Prinzip, in dem er die Bilder auf eurem Server letztlich nicht anfasst, sondern die Bilder in die eigene Cloud lädt und auch von dort optimiert wieder auf eure Webseite packt. Das ist ein sogenanntes Content-Delivery-Network. Auch das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass eure Kunden immer die Bildoptimierung bekommen, die sie gerade brauchen. Also auf dem Handy wird ein kleineres Bild präsentiert als zum Beispiel auf dem Desktop. Die Frage ist nur, was passiert, wenn ihr den Dienst mal irgendwann verlasst? Dann sind eure optimierten Bilder futsch und es werden doch dann wieder die Bilder vom Server geladen. Und dann gibt es noch ein simples, aber feines Tool, ShortPixel. Das ist das Plugin, was ich benutze. Gar nicht, weil ich das jetzt zwingend für das Allerbeste halte, sondern ehrlich gesagt, weil es das Erste war, was mir über den Weg lief, als ich damals nach so einem Dienst suchte. Auch hier kann man den Dienst testen. Es gibt ein gewisses monatliches Kontingent, was frei ist an Bildern. Das hat mir nicht ganz gereicht. Deswegen habe ich mich zu einer Bezahlversion entschieden. Welche genau das ist, erkläre ich euch aber gleich. Schauen wir doch zunächst mal, wie wir so ein Plugin auf unserer Webseite installieren. Dazu befinde ich mich bereits im Dashboard meiner WordPress Testseite. Und wir gehen einfach auf Plugins installieren, landen dann im Repository und können hier suchen, zum Beispiel ShortPixel und bekommen hier dann das Plugin angezeigt und würden hier auf Installieren klicken. Ich habe es jetzt schon installiert. Dann würden wir hinterher auf Aktivieren klicken. Aber genauso findet ihr hier natürlich auch die anderen Plugins, zum Beispiel Imagify ist hier optimal ganz genauso. Also da ist Optimol, zum Beispiel Image Optimization und natürlich auch WP Smosh. Die könnt ihr ja sozusagen alle direkt aus der WordPress Repository installieren. Und ihr seht hier zum Beispiel bei Smosh Image Compression, dass die über eine Million aktive Installation haben. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Das heißt, das wird wirklich viel genutzt. Kann also so schlecht nicht sein. Vielleicht ganz kurz zu den Preismodellen der einzelnen Anbieter. Bei Smosh Pro ist es so, da habt ihr nur eine Möglichkeit. Ihr könnt nämlich ein monatliches Abo über 49 Dollar abschließen. Das klingt natürlich erstmal relativ viel. Ich persönlich finde es auch sehr teuer. Allerdings ist es so, dass ihr in diesem Abo eine ganze Menge mehr Plugins enthalten habt. Das ist sozusagen ein Abo auf alle Plugins, die dieser Dienst zur Verfügung stellt. Wenn das für euch eine Alternative ist, weil ihr sagt, hey, ich brauche noch irgendwie einen SEO-Optimierer und ich brauche vielleicht auch noch ein Form-Plugin, dann ist das vielleicht eine Überlegung wert. Wie gesagt, dann seid ihr dabei mit 49 Dollar pro Monat und bekommt dafür diese ganzen Plugins. Wenn ihr nur diesen Bildoptimierer braucht, dann ist das allerdings eine relativ teure Angelegenheit. Dann haben wir Imagify, was auch eine relativ beliebte Wahl ist. Dieses Plugin bietet eben verschiedene Komprimierungsstufen an, sodass ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Qualität erzielt werden kann. Und Imagify optimiert eben auch Thumbnails und Retina-Bilder, was natürlich eine ganz coole Sache ist. Für die Pro-Version in diesem Fall bietet die kostenlose Version und die Premium-Version des Plugins den gleichen Funktionsumfang, also was die Komprimierung und die Qualitäten angeht. Der Unterschied besteht allerdings darin, wie viele Dateien du optimieren kannst. Mit der kostenlosen Variante kannst du 25 MB pro Monat optimieren. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bilder irgendwie was zwischen 100 KB und 1 MB groß sind, sieht man, dass das aber schon eine relativ große Diskrepanz in der Anzahl ist. Also bei 100 KB wären es etwas 250 Bilder. Aber ehrlich gesagt, ein JPEG mit 100 KB, gerade für ein Fotografenbild, ist schon relativ stark optimiert, sodass das hier vielleicht ein bisschen wenig ist. Musst du aber schauen. Ansonsten geht es eben monatlich bei 4,99 Dollar weiter und dann kannst du eine Gesamtgröße von 1 GB komprimieren. Das können eben auch bei 100 KB etwa 1.000 Bilder sein oder wenn es eben mehr ist, 1 MB, eben entsprechend dann etwas weniger Bilder. Auch da muss man immer ein bisschen rechnen und schauen, ob diese Größenordnung für jemanden funktioniert. Dann haben wir Optimol. Wie gesagt, das ist eine Bildoptimierungslösung für WordPress-Webseiten, die vollständig Cloud-basiert ist und nicht deinen Server belastet bzw. Leistung von deinem Server durch Bildkomprimierung abzieht. Die Bilder werden eben dann auch in der Cloud gespeichert und es werden keine Bilder auf deinem eigenen Web-Server überschrieben. Die kostenlose Variante von Optimol ist schon sehr, sehr leistungsfähig. Wie gesagt, mit der Einschränkung, dass die Bilder eben in der Cloud lagern und nicht auf deinem eigenen WordPress-Web-Server, was eben Vor- und Nachteile hat. Denn Vorteil ist natürlich, dass es schneller geht. Nachteil ist, was passiert, wenn du diesen Dienst irgendwann nicht mehr nutzt. Dann sind halt die optimierten Bilder futsch. Bei allen anderen Lösungen der anderen Plugins ist es so, dass die Bilder da auf jeden Fall auf deinem Server lagern. Sie werden aber auch da nicht auf dem Server selbst optimiert, sondern die Dienste laden deine Bilder zu ihrem eigenen Server, komprimieren sie dort und laden sie dann wieder automatisch in deine Medienbibliothek zurück. Bei der Premium-Variante von Optimol kannst du bis zu 10 GB Bilder im Monat optimieren und erhältst zusätzlich Premium-Support oder vorrangigen Support. Das heißt, du kannst dich dann auch per Chat und so relativ schnell an den Support wenden. Die Kosten für den Premium-Dienst von Optimol sind dann 9,99 Dollar im Monat. Und zu guter Letzt haben wir noch ShortPixel. Auch ShortPixel bietet ein freies Kontingent von etwa 100 Bildern im Monat, wobei hier eben auch die WordPress-Thumbnails mitgezählt werden. Das heißt, für jedes Bild, was du in WordPress hochlädst, werden ja vier zusätzliche Vorschau-Bilder in unterschiedlichen Größen erstellt, sodass du letztlich mit dem Originalbild eigentlich fünf Bilder pro Bild rechnen musst, die optimiert werden, sodass aus den 100 Bildern, die ShortPixel bietet, letztlich dann nur 25 unterschiedliche Bilder werden, die du im Grunde genommen pro Monat optimieren kannst. Das mag ja auch vielleicht reichen, wenn du jeden Wochentag ein Bild änderst, dann kommst du mit dem Dienst eigentlich gut klar. Ich finde diese Bemessung nach Bilderanzahl eigentlich besser als Bildergröße, weil hier musst du dir keine Gedanken machen, wie groß ist das Originalbild, was ich gerade hochlade, sondern du weißt ganz genau die feste Zahl, die du hast und ich finde, das lässt sich letztlich besser rechnen, weil hier kann ein Bild auch zum Beispiel 5 Megabyte oder 6 Megabyte groß sein. Das spielt für die Berechnung keine Rolle. Ein Bild ist ein Bild, egal wie groß es ist. Wie gesagt, das finde ich lässt sich bei ShortPixel leichter rechnen. Wenn du den Dienst bezahlen möchtest, geht es los bei 4,99 Dollar pro Monat. Es gibt aber auch eine Einmalversion, dass du zum Beispiel hier bei One Time Plans, dass du zum Beispiel für 10.000 Bilder 9,99 Dollar bezahlst und dann spielt es keine Rolle, wie lange du brauchst, bis diese 10.000 Bilder optimiert sind. Und das fand ich eigentlich eine recht faire Variante, weil so habe ich eben keinen Zeitdruck und muss jeden Monat neu bezahlen, sondern ich bezahle einmal und kann mir im Prinzip zwei oder drei Jahre Zeit lassen, bis ich diese 10.000 Bilder abgearbeitet habe. Und ich persönlich arbeite auch noch mit mehreren Websites. Das heißt, ich kann dieses Plugin auf all meinen Webseiten installieren und mit denselben Zugangsdaten auf dieses Kontingent von 10.000 Bilder zugreifen, so dass ich dieses Kontingent von 10.000 Bilder eben auch über mehrere Webseiten verteilen kann und eigentlich so noch effektiver darauf zugreifen kann. Und wie gesagt, diese rund 10 Dollar Einmalzahlung finde ich eigentlich einen ganz guten Kurs für das, was mir da an Arbeit abgenommen wird. Aber schauen wir doch nochmal genau, was jetzt eigentlich auf der Webseite passiert. Ich möchte hier mal auf die Plugin-Seite gehen, wo wir das jetzt alles installiert haben. Hier seht ihr die vier Plugins. Wir können die mal der Reihe nach aktivieren und dann schauen, was passiert. Also Optimal möchte gerne, dass wir uns registrieren und einen sogenannten API-Key eintragen. Und darüber wird dann der Upload in dieses Content-Delivery-Network geregelt, so dass die Kommunikation zwischen dem Plugin und eurer Webseite reibungslos funktioniert. Und wir aktivieren einmal Imagify. Und auch hier ist es so, dass wir einen Account erstellen, dann diesen API-Schlüssel uns besorgen und dann konfigurieren, wie die Komprimierung stattfinden soll. Also auch das alles relativ simpel. Dann haben wir Smush. Smush finden wir hier als einzelnen Menü-Eintrag im Dashboard. Und wenn wir da draufklicken, dann kommen wir eben in das eigentliche Smush-Dashboard für unsere Einstellungen. Und hier sehen wir schon, ich habe 143 Bilder, steht hier auch nochmal, 143 Bilder, die optimiert werden müssen. Und ich muss den Pro-Dienst aktivieren, beziehungsweise ich muss also bezahlen, damit all diese Bilder in einem Rutsch komprimiert werden können. Ich kann, wie gesagt, hier auch Try Smush for Free anklicken. Dann habe ich 30 Tage Zeit, das Plugin zu nutzen. Und alle Bilder, die ich in diesen 30 Tagen komprimiere, die sind dann frei. Gehen wir nochmal zurück auf Plugins und deaktivieren Smush. Und aktivieren zu guter Letzt ShortPixel. Auch hier ist es so, dass der Dienst erstmal aktiviert werden muss. Dafür gehe ich hier auf Einstellungen, ShortPixel. Und ich will das jetzt mal beispielhaft an diesem Dienst zeigen, wie das vor sich geht. Ich muss also zunächst mal diesen API-Schlüssel anfordern, der mir an meine E-Mail geschickt wird. Und jetzt muss ich natürlich die Nutzungsbedingungen, muss mich da einverstanden erklären. Ich habe die Datenschutzerklärung natürlich gelesen und alles ist DSGVO-konform. Das ist natürlich ganz gut, dass das Plugin auch somit für den europäischen Markt gut geeignet ist. Jetzt kann ich auf Schlüssel anfordern klicken. Und jetzt wurde mir auch gleich dieser Key zugeschickt. Der ist jetzt hier schon installiert. Und weil ich den an die E-Mail geschickt habe, die auch in meinen Website Einstellungen gespeichert ist, kriege ich diesen Key also auch gleich dann freigeschaltet. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eben zwischen drei verschiedenen Komprimierungsarten auszuwählen. Einmal Lossi, das ist eine verlustbehaftete Komprimierung, die die beste Komprimierungsrate anbietet, die aber auch mit leichten optischen Verschlechterungen einhergehen kann. Ich habe diese Komprimierung auf meiner Webseite benutzt und sie funktioniert sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist, dass man bei zum Beispiel leichten Verläufen, bei Grauverläufen oder manchmal auch bei Portraits, bei leichten Verläufen in Hauttönen, dass man da manchmal doch Artefakte sieht. Das heißt, wenn du Fotograf bist und deine Bilder optimieren möchtest, würde ich eher zur Glossi-Variante raten. Dann steht eben, wende diese Komprimierung auch auf die Vorschaubilder an. Das will ich in diesem Fall tun, denn jedes Bild, was geladen werden muss, sollte natürlich optimiert sein. Und das zählt natürlich genauso für die Vorschaubilder. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Bilder vor der Optimierung zu speichern. Das heißt, wenn ich irgendwann entscheide, dass mir die Komprimierung aus irgendeinem Grund doch nicht gefallen sollte, kann ich auch die Bilder noch bevor sie optimiert wurden wieder zurücksichern und habe sozusagen meinen Originalzustand wiederhergestellt. Auch das finde ich eine gute Aktion, die ich in diesem Fall gerne so ausüben möchte. Dann werden die EXIF-Daten entfernt. Das heißt, man kann anhand eurer Bilder nicht mehr erkennen, welche Blende und welche Kamera ihr benutzt habt. Was ich im Netz letztlich eigentlich empfehlen würde, weil das sind Daten, die unter Umständen ja niemandem was angehen. Und da habt ihr eben noch die Möglichkeit, die Bilder auf eine Maximalgröße zu verkleinern, wenn sie denn wesentlich größer sind, als ihr eigentlich benötigt an Auflösungen. Also die längste Kante soll nicht größer sein als 1200 Pixel. Dann werden die Bilder, die größer sind, auf 1200 Pixel bei der längsten Kante optimiert. Aber das Originalseitenverhältnis wird enthalten. Die werden jetzt also nicht quadratisch. Das ist eben für Fotos, die ihr zum Beispiel vom Smartphone direkt hochlade. Die sind ja heute teilweise auch schon 2 bis 5 Megabyte groß, wenn sie direkt aus der Kamera kommen. Die könnt ihr also bedenkenlos hochladen und der Dienst verkleinert sie euch automatisch. Jetzt haben wir das hier also alles eingestellt. Ich gehe auf Änderungen speichern, beziehungsweise ich gehe tatsächlich auf Änderungen speichern und zur Sammelverarbeitung gehen, weil dann startet der Dienst direkt mit der Optimierung der Bilder. Ich klicke hier auf Beginnen und jetzt sehen wir hier, der Dienst fängt an zu arbeiten. Das heißt, die Bilder werden aus der Mediathek hochgeladen zu den Servern von ShortPixel, dort entsprechend optimiert und wieder auf unsere Seite zurückgeladen. Ja und dann, oh große Überraschung, nachdem also 100 Bilder optimiert wurden, haben wir natürlich unser monatliches Freikontingent überschritten und ShortPixel hat erstmal angehalten, unsere über, glaube ich, 600, 700, 800 Bilder zu bearbeiten. Das heißt, wir könnten jetzt im nächsten Monat weitermachen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir schauen mal, was bisher passiert ist. Die Bilder auf dieser Testseite waren schon relativ klein, aber ShortPixel hat es auch hier geschafft, nochmal 16% weiter zu optimieren bei der mittleren Auflösung, wo man eigentlich keine weiteren Artefakte sieht. Das finde ich ist doch eigentlich schon mal ein ganz guter Wert. Aber unser Case-Szenario ist ja eigentlich, dass wir als Fotograf größere Bilder raufladen. Deswegen zeige ich euch nochmal schnell auf meiner Seite, wie das da aussieht in den Statistiken. Da gibt es ja eine kleine Grafikinkonsistenz. Die Grafik liegt über der Schrift, aber ihr seht, 62% in etwa wurden komprimiert und zwar genau von knapp 1.838 Bilder wurden bearbeitet. Davon wurden durchschnittlich etwa 61,5% an Optimierung herausgeholt. Das heißt, die Bilder wurden um 61% kleiner und insgesamt wurde ein Speicherplatz von 105 Megabyte eingespart. Diese 105 Megabyte müssen eben auch nicht mehr nach vorne zum Browser transportiert werden, wenn ein Besucher dieses Bild anklickt. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Ersparnis und dafür, dass das alles automatisch funktioniert und mir die Arbeit abgenommen wird, finde ich das eigentlich eine sehr sinnvolle Lösung. So viel zur Gegenüberstellung dieser vier Bildoptimierungsdienste, die im Grunde genommen eigentlich ja alle das Gleiche machen. Letztlich macht es keinen großen Unterschied, für welchen Dienst ihr euch entscheidet. Es gibt vielleicht Unterschiede im Preis oder in der Anzahl der Bilder. Da müsst ihr selber mal schauen, welches Kontingent vielleicht für euch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Im Grunde genommen finde ich aber die Inanspruchnahme eines solchen Dienstes sehr lohnenswert, weil es einfach viel Zeit spart und einfach den Kopf frei macht von diesen ganzen Fragen. Ist mein Bild optimiert? Sind sie zu groß? Sind sie zu klein? All das ist mit der Nutzung dieses Dienstes erledigt. Ich persönlich nutze ShortPixel, weil mir dieser Dienst damals einfach als erstes aufgefallen ist. Ich bin auch ein großer Freund von dieser Einmalzahlung, dass nicht monatlich Kosten anfallen, sondern ich kaufe einmal ein Kontingent, was ich dann über eine beliebig lange Zeit abarbeiten kann. Das hat mir sehr gut gefallen und das finde ich unterm Strich nicht teuer. Allerdings würde ich vielleicht mir auch noch mal genauer Optimal anschauen beim nächsten Mal, denn vielleicht reicht mir da auch schon die freie Variante. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Letztlich müsst ihr selber entscheiden, welcher Dienst für euch der richtige ist. Ich persönlich denke jedoch, dass die Nutzung eines solchen Dienstes echte Vorteile bietet, weil man eben einfach die Gewissheit hat, dass die Bilder immer gute Ladezeiten bekommen. Ich bin gespannt, für welchen Dienst ihr euch entscheidet. Schreibt es mal in die Kommentare oder auch wenn es nichts für euch ist, was ihr anders macht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.